ja moin leute heute mal wieder ein neues video von mir wir haben es jetzt heute den 28 oder 29 fünften genau stehen hier meist strip till mais hier haben wir die low import import sorten stehen wir haben gewalzt düngung 50 kubik saunengülle also 100 n unter fuß plus nutrified kantor angebeizt und ja man sieht es da hinten sind ja auch ein paar zettel da hinten haben wir gesteinsmehl mit biologie angebeizt da sieht man jetzt noch keinen großen unterschied ich könnte gleich noch ein bisschen spaten holen ja was gibt es hier zu sagen herbizid ist noch nicht gelaufen wir sind jetzt diesen monat bei gut 100 mm niederschlag die wir haben heute man sieht es sehr stark die strips also die gelockerten bearbeitenden strips sind deutlich stärker verunkrautet als die zwischenräume wo wir nichts gemacht haben interessant ist aber und das will ich euch auch gern zeigen wir haben hier mit einem total herbizid vorgelegt und man sieht also da sieht man ihn da hinten sind so ein paar wir haben auf den zwischenreihen die strips zwischen den strips schon wieder pilzwachstum ja alles in allem sieht das eigentlich für diese verhältnisse schon wieder relativ gut aus wie gesagt es ist jetzt so ewig kalt gewesen und das viele wasser man sieht es auch also die oberfläche ist verschlemmt man sieht es natürlich hier hinten noch extremer der strip der bearbeitet wurde ist stärker verschlemmt hier haben wir noch ein teil stabile krümel drauf ja ansonsten wie gesagt das war es die welt jetzt morgen übermorgen im herbizid durchgefahren dass wir das sauber kriegen und dann soll es ja auch warm werden und dann ist wasser da und dann soll er wohl auch zügig die reihen zugemacht haben so dass wir hier dann ich denke ich hoffe mit dieser einbehandlung durchkommen was gibt es sonst noch zu sagen ja wie gesagt zwischen den sorten wie sind die lau input sorten zwischen den beizungen sieht man noch nichts an unterschieden ich werde gleich noch mal buddeln ob man was sieht ich auch gleich ganz sparten und dann schaue ich mal so weiter geht es in der gerste ja fertig dieses hat irgendwie sehr gut geklappt hier sind drauf gekommen 50 kilo n 90 kilo n hier stand vorher mais der war sehr schlecht beziehungsweise den haben die krähen geholt aufgrund dessen habe ich deutlich weniger gedüngt hier und man sieht also die die nährstoffe sie waren noch da sie war noch zur verfügung die bestände sehen super aus genau was ist hier gelaufen also sie hatten war ja wie gesagt silomais der war schlecht dann habe ich hier so rein gesät im herbst auch keine unkrautbehandlung gemacht sondern im frühjahr dann einmal ein herbizid dann ja einmal 40 kilo n über ssa und 25 kubikmeter gülle sprich 50 n über gülle also 90 n die wir hier noch nachgelegt haben und das war es ich hatte hier nach kinnseeuntersuchung ein doch etwas höheren bedarf an gips dann habe ich hier im frühjahr noch so ein gipsdünger reingestreut ich glaube das war jetzt keine falsche entscheidung ja und dann haben wir hier von der reifeisen von der agravis noch so ein liter oder anderthalb liter das heißt für tavis irgendwas so ein multi nährstoff dünger drauf gefahren und das reicht also ich habe jetzt schon ein bisschen angst dass der baden geht also gibt mir bis zum bauch neben habe also meter 20 gerste steht hier drauf obwohl wir hier einmal mit einem wachstumsregler durch sind man hätte ja naja egal jetzt steht sie so und jetzt muss es irgendwie überleben ja ehrenabschluss behandlung haben wir hier gemacht also eher gegen ehrenknicken haben wir was gemacht und ansonsten ist ja eigentlich nichts gelaufen das sieht alles sehr vital aus ab und zu ist der ein oder andere spier ackerfuchsschwanz der hier durchkommt oder ackergras vom letzten jahr war vor frucht mais war aber das ist alles nicht so tragisch hier werden wir dann hoch kadreschen und dann wird hier sofort die zwischen frucht hinterher gedrillt die sommer zwischen frucht und dann kommt hier im herbst weizen hin indirektsaat in die zwischen frucht sowie auf der anderen fläche man sieht es hier wo es ein bisschen schlechter ist da kommt der komische kerbel das alte teufels kraut da hatten wir noch einmal nachgelegt aber das ist teilweise hat man auch nicht mehr überall erwischt man sieht es leicht unhomogener standort aber das passt eigentlich schon ja weiter geht's naja eigentlich sollte es weizen sein man sieht es geht langsam im ackerfuchsschwanz unter drespe genau hier war die fläche haben wir kein glyphosat vor der saat angewendet und auch kein herbizid gemacht hier waren nur der roller crimper unterwegs und nach du scheiße ich glaube wir machen das noch tot ja semi optimal nicht mal ungefähr nennen also hier steht fast irgendwie gar nichts mehr an getreide und ja man sieht es also der weizen da wo noch ein bisschen was steht geht im kraut unter also das nicht selektive herbizid macht sinn oder die waldkeer sieht das scheiße aus das ist ja erschreckend ja eigentlich sollten hier ganz viele schöne weizenpflanzen stehen die hier total toll biologisch wachsen aber man sieht es macht keinen sinn also es muss entweder ja wie gesagt man muss mit herbizid noch arbeiten also hier man sieht es doch das ist doch scheiße alter falter ja man muss auch die schlechten sachen zeigen sonst wäre es unfair der kerbel kommt traubnesseln drespe der weizen ja ein bisschen die mäuse gewütet aber das ist ja überhaupt eine vollkatastrophe ja auf jeden fall so geht es nicht das ist da muss ich noch mal ein bisschen dann probieren und dran üben teilweise wird es wieder ein bisschen besser da geht es dann mit dem weizen aber hier kommt jetzt ein bisschen roggen durch und jetzt gucken wir mal das nächste interessante an und wie groß das konkurrenzproblem überhaupt ist jetzt stehen wir hier nämlich auf der grenze so zu der seite glyphosat frei nichts gemacht nur roller crimper und dann im frühjahr als wir drauf konnten mit dem herbizid durch hier vor der saat einmal eine glyphosat anwendung in der zwischenfrucht und das war es einmal im herbst im frühjahr auch ein herbizid durch das ist was ganz anderes klar kommt da ein bisschen was drin hoch aber das ist eine ganz andere hausnummer verdammte axt ich würde sagen wenn man sich das anguckt von da hinten sind wir gekommen da stand der trecker von dahinten sind wir gekommen voll katastrophe gott 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 bin ich mal gespannt was daraus wird wie das zum schluss aussieht diese wiese ich weiß nicht ob man da noch irgendwas durch machen kann muss ich nicht mal informieren auf jeden fall ist das halte die wahl viel stellenweise geht es da ist das in ordnung aber das ist auch nur stellenweise also da hinten wo der so rot ist wo der acker fuchsschwanz durchkommt ja weiß ich nicht auch hier der der weizen der sieht nicht gut aus obwohl er eigentlich der boden nach kinnsee halbwegs in ordnung ist klar kleine baustellen sind hier noch aber das ist nicht so cool das sind immer wieder so nester sowie hier so nester wo probleme drin sind wo es relativ klein ist ja wie gesagt das mit dem mit dem kraut das ist ein problem oder ob es ja einfach nur zu nass ist wie gesagt was ich hier mache weiß ich noch nicht schöne intentionen ist auch mal vollkommen in die hose gehen jemand hier man kann sehen immerhin wir tun was für die insekten ist jetzt auch nichts schlechtes von daher ja mal gucken also hier soll eigentlich folgekultur raps sein ja ja mal gucken wie es ja aussieht also hier werden wir auf jeden fall vor der raps aussatz wohl mit einem nicht selektiven herbizid durch müssen dieses hier steht ein bisschen weizen in dem acker fuchsschwanz das hätte ich jetzt so nicht erwartet dass er so intensiv durchkommt naja vielleicht muss ja auch mal ackergras drauf dass man hier den fuchsschwanz druck ein bisschen runter kriegt ihr hinten naja mal schauen so weiter geht's jetzt im raps auch fertig die letzten blüten sind da und so leichtes summen ist noch da ja mal nach allem noch eine vollblüte spritzung gemacht zur sicherheit da ja nun mal auch richtig geld kostet genau hier ist noch interessant ich habe jetzt man sieht es eine jagdschneise reingehauen zwei stück gegen die schwarzen schweine und hier kann man den effekt von der weißkleeuntersaat jetzt erkennen also dann habe ich den gemacht die jagdschneise ich weiß gar nicht ich glaube vor drei wochen oder sowas und man sieht wie der raps hier schon ganz schön steil geht das gefällt mir eigentlich ziemlich gut auf der anderen fläche wo die winter wo die sommer wicke drin ist da ist jetzt das große problem dass sich die wicke hochrangt und ja quasi hiermit in die ehrenstöcke reingeht und ich glaube das wird das wird noch ganz schön fies beim dreschen aber mal gucken was da draus wird ansonsten wie gefällt mir das mit dem mit dem klee eigentlich doch recht gut also da muss ich mal schauen ob ich den im nächsten jahr nicht ein weißklee oder irgendwas anderes nehme auf jeden fall sehr spannend und auch hier sind wir an dem punkt trotz kruzifere auch hier sind die pilze da und wie gesagt der klee wuchert jetzt langsam hier durch das ist eigentlich ganz cool also das gefällt mir das ist eigentlich genau der effekt den ich haben wollte und die folgekultur wird hier die gerste erst hatte ich gedacht ich sehe hier nochmal eine andere sorte klee mit zwischen aber wenn ich jetzt sehe wie der schon wieder durchkommt und durch wuchert dann werden wir nach der ernte einfach nur mit der krimpwalze hier durchfahren dass ich so ein bisschen die körner noch rausschüttelt die rapskörner rausschüttelt und dann wird dieses gemenge wird dann quasi die zwischenfrucht und ja da sehe ich dann so ist der plan die gerste rein und werde das ganze dann nach dem säen so zwei drei tage richtig scharf abmulchen das war hier ja quasi einen cut reinkriegen und das ist vielleicht mal ohne glyphosat versuch und dann im frühjahr vielleicht das den klee beziehungsweise den raps rausnehme genau so viel dazu ansonsten war es das erstmal von meiner seite bis die tage munter bleiben und gesund bleiben